Guten Abend ihr Herrschaften und willkommen mal wieder zu einem Informationsvideo. Es geht mal wieder darum, dass ich mal wieder im Urlaub bin und deswegen wahrscheinlich die Videos jetzt wieder etwas weniger kommen werden. Ich bemühe mich noch, die Videos, die ich habe, hochzuladen. Einige Videos, zum Beispiel Nyx Quest, kommt und wird dann noch fertig. Legis Mensen habe ich hochgeladen, da kommen noch ein paar des Flash Parts, und das Emperor habe ich wieder hochgeladen, auch wenn das noch lange nicht alles ist. Und ansonsten habe ich noch Age of Empires, was ich noch hochladen muss. Also es kommt schon ein bisschen noch, aber ich weiß nicht wie viel und in den zwei Wochen gibt es also ein paar Parts noch die Woche, also nicht, dass ich ganz inaktiv werde, mehr oder weniger. Ja ansonsten, ich bin zwei Wochen runter, dann komme ich wieder, dann gibt es wieder neue Parts. Hoff ich, dass ich dann auch ein bisschen aktiver bin als vorher, denn ich hatte ja einige Zeit einfach keine Lust mehr irgendwas Neues zu machen. Ähm, naja, das war es eigentlich schon, das war alles Wichtiges gesagt. Wenn du noch Fragen hast oder so, in die Kommentare, dann würde ich sagen, bis dahin und haut rein und tschüss. Ich habe zu hören, dass ich auch noch ein paar Minuten einen Titelsteile gesehen habe. Und dann würde ich sagen, dass wir jetzt noch einmal ein paar Minuten haben, oder so können Sie leben, oder so können Sie nicht mehr? Vielen Dank.